Zwei Fuß Leute, es ist wieder soweit. Wir haben wieder Böller in der Waterzeit. Und das mal mit der TNT, Teinamide, oder Thynamid, von der Büro-Technik Sternhardt. Eben beim Produkttest waren sie echt gut. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was die auch so im Wasser können. Schauen echt gut aus. Sauber. Ja, die gibt's leider. Wie die gleich welche? Okay. Schauen wir uns doch mal rein. So. Ja, die haben Schöker. Von Löffel, ja. Schauen? Jo. Ich seh's fast nicht, ob's brennt. Jetzt nicht so. Boah, Alter. Der war mal wieder laut gewesen, Alter. Der holt mich ganz hoch, ja. Oh, oh. 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 Nee. Schön. Wasserbund, ey. Hast du dich manifestiert? Ja. 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 Die Nummer 10. Hast du denn noch drei, Fünfe, oder? Fünfe, ja. Ja, nimm du dir noch drei, ich nicht noch zwei. Das passt. Dann versenken wir die auch noch. Ja. 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 Das ist dynamitfischen, oder? Ja. 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 Da stritzt sie noch ein bisschen. und der letzte wo geht es nicht mehr ja ich muss sagen die sind schon straff ich sag ja für so ein zweieinhalb Gramm schwarzpulver krachl was da wo sind die die sind echt gut ja das war es wieder gewesen also bis zum nächsten mal und ZEUFUZ